Das sind unsere ersten Runden, die wir in diesem Turnier spielen. Genau, dann lade ich dich mal ein. Genau, so machen wir das. Ich nehme die Einladung auch an, hoffentlich, wenn sie dann ankommt. Du musst noch ins Hauptmenü gehen. Ach so. Ja. Jetzt bin ich im Hauptmenü. Jetzt geht's. Ein Traum. So, weißt du auch schon, welche Klasse du wählst? Ja, ich habe schon drei Decks gemacht. Sehr gut, ich habe mir auch drei Decks zusammengestellt und bin soweit auch ready. Dann gucken wir mal. Ja, ich bin auch gespannt. Oha. Gut. Schurker. Ja. Krieger. Wie bist du so, bist du ein Profi oder bist du, also wie oft spielst du so pro Woche Hearthstone? Ähm, alle zwei Tage vielleicht einmal. Okay. Aber ich habe das Spiel schon seit der Closed Beta. Oha. Ja, ich habe ja auch das Spiel schon seit ein paar Monaten. Ja. Habe am Anfang gar nicht gespielt, weil irgendwie hat es mich nicht interessiert. Dann plötzlich ging es los, habe ich das ein paar Tage oder zwei Wochen oder sowas, habe ich es ständig gespielt. Und, ähm, jetzt allerdings habe ich hier eine lange, lange Pause gemacht. Insofern, lasse ich mich mal überraschen, was hier so heute passiert, ey. Ja, bin auch gespannt. Bist du auch so jemand, der die ganze Zeit an der Karte rumspielt, oder? Ja, genau. Das machen irgendwie die meisten. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, aber jetzt habe ich es mir mittlerweile auch angewöhnt, ey. Wobei, bei der Karte gerade kann man nicht so viel machen. Ja, stimmt. Gibt ja noch andere, die... Ja, hier gibt es nicht ganz so viel. Ich finde aber das Geschütz ganz schön. So kann ich die ganze Zeit auf dich schießen. Ja. Ähm. Das Gute ist, wenn man keine Ahnung hat, dann kann man einfach... Man muss mich lang überlegen eigentlich. Man kann einfach alles raushauen, was man so hat. Wobei ich jetzt gerade... Ich muss ja sagen, ich finde den Krieger auf Dauer ein bisschen ätzend, weil der so extrem viel Rüstung aufbauen kann. Und dann, äh, zieht man ihm irgendwann überhaupt keinen Schaden mehr ab. Und der Schuckel kann auch gute Kombos machen dafür. Ja, das stimmt. Wenn man, wenn man, wenn man weiß wie. Dann ist das durchaus möglich. Tudududududududududu. Okay. Perfekt. Perfekt. Geht so. Ich bin mir nicht ganz sicher darüber, aber... Es reicht bisher. Und ein Grizzly. Ja. Was kann man denn eigentlich... Äh, wir können ja einfach mal ein bisschen voneinander erzählen. Was kann man denn sonst so auf deinem Channel so sehen? Legst du regelmäßig hoch? Ähm. Ich hatte jetzt eine, ähm, Pause, aber es kommt ja wieder regelmäßig was. Okay. Und ja, was man sehen kann, eigentlich ist möglich, ja. Also jetzt Plays. Ähm, Spiele aus deinem möglichen Genre ist eigentlich. Okay. Und bei dir? Ja, im Grunde genommen genauso. Ich muss mal ganz kurz in die Optionen gehen. Ich mach mal eben die Gesamtlotstärke ein bisschen niedriger. Zack. Und da bin ich auch schon wieder. Ähm. Eigentlich ist es bei mir ganz genauso. Ich, ähm... Mach auch alles Mögliche. Allerdings gibt's halt, äh, Spiele, die ich mehr spiele als andere. Ist ja klar, ähm... Ja. Recht, recht groß ist auf meinem Channel Battlefield. Ich hab irgendwann damit angefangen als Noob. Also ich hab noch nie einen Shooter gespielt und hab dann eben mit Battlefield angefangen. Und irgendwie hatte ich Spaß dran, auch wenn ich die ganze Zeit nur tot war. Und, ähm, ich glaube, damit können sich ein paar Leute dann doch identifizieren, weil sie eben selbst auch keine Ahnung von Shootern haben. Und, äh, ja, aber ich mach eben auch alles andere. Minecraft, ähm, irgendwelche Spiele zwischendurch, wenn ich eben Bock drauf hab. Ich versuch mich da nicht so zu beschränken, sondern einfach immer das zu machen, worauf ich eben Lust hab. Ja, find ich cool. Mach ich auch genauso. Weil, ähm, sonst wird's irgendwann gezwungen und da hat man ja dann keinen Spaß mehr. Ja. Ach, wie ist das hier gerade gar nicht so gut alles, muss ich sagen. 6K-Anast. Das ist richtig. Die alle nicht sonderlich herausragend sind. Ähm. Jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt werden schon wieder Kommentare unter das Video geschrieben, was ich denn jetzt eigentlich machen sollte. Es bringt mir nur jetzt dummerweise nichts. Ähm, was tun. So viele Möglichkeiten. Die Tore sind geöffnet. Hm, das muss ich überlegen. Tu das. Das ist ja jetzt. Oh. Gut, damit sind wir dann auch gleich durch. Nö, ich kann auch nicht wirklich Sinnvolles tun. Egal, ich spiele einfach mal weiter, ne? Einfach nur so. Ja, klar. Ich trainiere einfach ein bisschen. Ich könnte zwar jetzt auch aufgeben, aber... Ja, so. Dann kommt der wieder. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wunderbar. Ja, danke. War ein spannendes Match. Ist ja noch alles offen. Ja, noch ist alles offen, tatsächlich. Wir spielen den Modus Best of Five. Hatten wir, glaube ich, am Anfang gar nicht gesagt. Sprich, wer zuerst drei Siege hat, der hat letztendlich auch dieses Match hier, diese Runden gewonnen. Genau, und du musst jetzt ein neues Deck nehmen. Genau. Wer gewinnt, der darf kein neues Deck nehmen. Und wer verliert, der muss ein neues Deck nehmen. Ja. Mal gucken, ob das diesmal was wird. Bin gespannt, was du spielst. Anduin gegen... Anduin gegen... Den Priester. Ja. Den Priester. Mit dem war ich ja vor einem Monat mal ganz gut. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt aussieht, ey. Hast du eigentlich schon mal dieses Kartenspiel von Mojang gespielt? Oder Mojang oder wie auch immer heißen, von Minecraft, die Leute? Ach, ich habe davon gehört. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, aber jetzt nicht wirklich gespielt. Ja, ich finde das ganz, ganz witzig irgendwie, dass... Ich frage mich ab. Machst du Spaß? Ich weiß es nicht. Ich habe es selbst... Also ich finde nicht das Spiel ganz witzig, sondern ich finde es ganz witzig, dass die quasi so ein schlechtes Timing hatten mit diesem Kartenspiel. Weil jetzt ja nun mal Hearthstone auf dem Markt ist und deswegen werden die, glaube ich, keinen Erfolg damit haben. Beziehungsweise kein anderes Kartenspiel wird großen Erfolg haben. Ja, Hearthstone dominiert gerade echt. Ja. Weil, erstens ist es ein gutes Kartenspiel. Ja. Zweitens ist Blizzard nun mal riesig. Und jeder... In irgendeiner Form ist ja jeder mit dem Warcraft-Universum schon mal in Kontakt gekommen. Ja. Insofern... Sag mal... Ich kann nichts machen. Das ist tierisch ätzend gerade. Ähm... Nö. Okay, jetzt mal überlegen. Was könnten wir denn Schönes hier... Tja. Tja. Ja. Grüße. Grüße. Ja, man muss höflich sein, entschuldige. Wenn man sich gar nicht begrüßt. Hey, das geht mal gar nicht. Genau. Ähm... Für den Kriegshäuptling! Du stehst auf Karten, die Ansturm haben, ne? Ja, das... Ist so in dem Deck üblich. Okay. Habe ich extra so gebaut. Okay. Das Ding auf! Ja! Oh! Das war's! Oh! 3-7 ist unschön. Ja, aber auch nicht herausragend. Und mir wird gerade klar, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber was soll's! Ist ja kein Problem. Das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann irgendwie dann doch durch Glück oder auch durch Können, kann man ganz zum Schluss das Ganze nochmal umdrehen. Wobei es momentan halt, würde ich sagen, noch recht ausgeglichen ist. Okay! 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 So, was können wir denn jetzt hier mal machen? Erstmal ziehen. Genau. Ziehen ist immer gut. Ja. Wobei... Machen wir nochmal. Gut, 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 gut. Jetzt habe ich einen Plan. Jetzt musst du dich vorsehen. Jetzt wird's, jetzt wird's gleich, äh... Gleich kommt's, sag ich dir. Gleich kommt's, gleich geht's richtig los. Oha! Ähm... Wie viele Leute, die an dem Turnier teilnehmen, kennst du eigentlich? Also, kennst du die Videos von wie vielen Leuten? Äh, nicht so viele. Nur die ganz Großen, die da mitmachen. Zum Beispiel Herdikei, Funkyi und Honeyball. Ja. Genau. Genauso geht's mir im Grunde genommen auch. Aha. Da kenne ich auch kaum jemanden. Ist eigentlich cool, kann man neue kennenlernen, ne? Ja, richtig, richtig. Auf jeden Fall. Oha, hier, was Goldenes, ey. Oha, hier. Oha. Oh. Puh-puh-puh-puh. Mm-hm-hm. Lass mich überlegen. Ich bin gleich soweit. Du hast ja Zeit. Mm-mm-hm. Oh, wenn ihr meint. Ich sehe, ich sehe gerade die Menschen förmlich vor dem Bildschirm sitzen und sich an den Kopf fassen. Ich finde es super lustig. Mich unterhält das, muss ich sagen. Das sind hochinteressante Karten, die du da so, äh, hast. Das ist echt unglaublich. Ich habe die alle noch nicht gesehen. Also ich habe einige davon noch nie gesehen. Da sieht man mal wieder, wie sehr ich mich hiermit auskenne. Also die Waffe jetzt ist zum Beispiel eine Epic-Karte. Die habe ich aus einem Booster glücklicherweise mal gekriegt. Okay. Ich verstehe nicht ganz, wo meine Karten bleiben, die ich eigentlich ganz gut gebrauchen könnte jetzt gerade. Naja. Ja. Hast du World of Warcraft gespielt oder spielst du World of Warcraft? Habe ich gespielt vor kurzem erst noch. Okay. Und jetzt habe ich aber erst mal eine Pause. Wie lange hast du es gespielt? Weiß ich gar nicht genau. Oder mit welcher Erweiterung bist du eingestiegen oder bist du schon zu Classic-Zeiten eingestiegen? Erst mit Pandaria, muss ich sagen. Ah, okay. Ja. Und du? Ich habe mit Pandaria quasi aufgehört. Achso. Also ich habe irgendwann in den Classic-Zeiten angefangen und dann, das war kurz bevor die erste Erweiterung rausgekommen ist. Wie hieß die denn noch? Hier mit der Scherbenwelt und so. Burning Crusade? Genau, richtig. Und es war schon schön. Es gab viele schöne Erlebnisse in dem Spiel. Allerdings muss man halt schon sagen, dass es ganz schön viel Zeit frisst, so insgesamt. Ja, das ist echt so. Das ist echt krass, aber... Es hat noch Ewigkeiten gedauert, bis ich das erste Mal auf 90 war. Okay. Ich hätte ja keine Bonus-Items und so weiter. Mhm. Die Erfahrungsboost geben. Ich frage mich, ob... Egal. So. Schon wieder auf 28. Ja, äh... Die Frage ist, ob das so sonderlich viel bringt. Dass der Krieger so unfassbar viel Schaden machen kann, ist echt unfassbar. Was tun wir jetzt am besten? Ähm... Ich kriege gerade echt nur... Naja, ich sag's mal nicht, weil ansonsten weißt du ja, was hier los ist. Oh. Hm. Was ist das böse? Naja. So schlimm ist das nicht. Siehste? Ähm... Boah, muss... Graf ich dich jetzt echt an mit meiner Waffe? Na, egal. So, nochmal 28 dann. Das ist überhaupt kein Thema. Das sind alles Arschloch-Karten, ey. Es ist unglaublich. Na gut, dann machen wir es eben nochmal. Oh Gott, das war noch böser. Ja, allerdings bin ich auch schon auf 12. Ah. Ich hoffe gerade so sehr auf bestimmte Karten, die einfach nicht kommen. Es ist so ein Grafen. Jetzt bist du auf 7. Ah, Mist. Reicht's noch nicht? Ich riske es einfach mal. Ach, du Scheiße. Ja, das, äh... Da kommt der Leroy Jenkins. Ja. Der Leroy... Das ist alles ganz schön schlecht, muss ich sagen. Das ist alles ganz schön schlecht. Ich muss mir gerade hier alles nochmal angucken, was ich denn überhaupt habe. Okay. Das ist klar. Äh... Richtig. Ich frage mich, ob... Das ist nicht meine Schuld. Erstmal so. Dann... Da ist nix mehr zu machen. Du kannst dich auf 5 heilen, ne? Ja, das ist richtig. Mach ich auch, weil was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich kann jetzt... Nee, das, äh... Würde ich sagen... Ich frage mich, ob... Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. War es. Trotzdem ziemlich knapp eigentlich. Ja, doch. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Aber das Problem war einfach, dass ich kein... Ich habe keinen Spottkarte gezogen. Die kamen einfach nicht. Obwohl da einige im Deck sind, aber... Die wollten einfach nicht. Naja. Dann, äh... Gucken wir doch einfach mal. Ob ich mit meiner letzten Wahl ne Chance habe. Okay. Jetzt kommt bestimmt ein Jäger, rate ich mal. Ja, nee. Nee, nee. Paladin, meine Lieblingsklasse. Paladin ist richtig stark. Sag das doch jetzt nicht so. Dann sehe ich ja noch blöder aus. Okay, Paladin ist richtig schwach. Nein. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Paladin ist eine ganz, ganz... Habe ich jetzt einfach gewählt, damit es schnell vorbei hier alles... Äh, wobei hier ist alles. Ähm... So. Wie ist es eigentlich? Fängst du gerne zuerst an oder bist du lieber als zweites dran? Ich habe lieber diese Coin am Anfang gehabt. Genau, ich auch. Ich bin auch der Meinung, dass das krass unbalanced ist. Ich bin der Meinung, dass jemand, der als zweites anfängt, einen äußerst großen Vorteil hat. Bin ich auch, aber Blizzard hat ja Zahlen veröffentlicht, wo man so sehen konnte... Wer gewinnt? Ja, und da war es nämlich 49 zu 51 Prozent. Okay. Naja, dann... Das stimmt, weiß ich nicht. Ja, das wird schon stimmen, denke ich mal. Kann ich Bedarf würfeln? Hast du das Spiel auf Englisch oder auf Deutsch? Ich habe es auf Deutsch. Das war ja am Anfang irgendwie noch auf Englisch. Äh... Und dann habe ich mich da nicht drum gekümmert, dass es wieder auf Englisch zurückge... gepatcht wird, sage ich mal. Dafür spiele ich es nicht häufig genug. Aber die meisten Spiele spiele ich allerdings auch in Englisch. Weil das irgendwie... Weiß ich nicht. Irgendwie... Hat Original, ne? Ja, genau. Ist Original und... Meistens hört es sich einfach besser an. Es gibt einige... Oder es gibt ein paar Ausnahmen, wo dann sich das Deutsche auch recht gut anhört. Ja. Also hier zum Beispiel würde ich sagen, das ist schon okay. Aber... Wenn man das Englische kennt, dann... Sind halt manche Sachen auch wieder recht albern. Oh, ich habe hier... Ich erinnere mich noch daran, als ich das letzte Mal den Parler gespielt habe. Da habe ich mich über etwas aufgeregt. Und habe danach dummerweise das Deck nicht mehr verändert. Ach. Ne, ne, ich sage dir das nicht, weil... Okay. Das würde einiges... Verraten. Für die Gerechtigkeit. Okay. Äh... Ich frage mich, ob... Hm. Grüße. Die kann man ausstellen irgendwie, ne? Die Emotes. Kann das sein? Ja, wenn du auf mich rechtsklick machst und dann... Die Sprechblase. Ja. Hm. Es gibt manche Menschen, die nerven so krass damit. Oh ja. Die machen das ganze Zeit, ne? Ja. Ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ähm... Was hast du in World of Warcraft für einen Charakter gespielt? Einen Jäger. Zu Anfang. Auch richtig mit Raids und so, oder eher... Ja, gegen Android mit Raids, ja. Okay. Obwohl Spaß gemacht. Hast du gespielt? Ich hab, ähm... Am Anfang hab ich... Am Anfang war es ein Krieger. Ein, äh... Offkrieger. Also kein Tank, sondern... Ein Offkrieger. Das war am Anfang allerdings noch ein bisschen schwierig, weil früher, ähm... War es so, dass, äh... Ich muss jetzt gerade mal hier kurz gucken, was ich tue. Dann rede ich weiter. Hm. Tja, das ist jetzt schon wieder... Schön. Nee, ähm... Es war am Anfang ein bisschen schwierig, als Offkrieger zu spielen, weil, ähm... Da... Es gab das Gerücht, dass... Dass Offkrieger keinen Schaden machen. Und, ähm... Da, ähm... Wenn man sich allerdings ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, dann hat auch der Offkrieger Schaden gemacht. Und das hab ich denen dann bewiesen. Und dann ging's. Dann durfte ich auch bei Raids mitmachen. Am Anfang durfte ich das mal nicht. Und dann später allerdings bin ich zum Schamanen geschwenkt, als es den dann auch auf der Allianz-Seite gab. Ich hab Allianz gespielt. Ich weiß nicht, hast du Allianz oder Horde? Ich hab Horde. Ja, ja, ja. Äh, ich verstehe diese grundsätzliche Abneigung immer nicht. Mir ist das... Ich auch nicht. Also, ich find das ein bisschen albern. Ich hab auch nichts gegen Allianz oder so. Nö. Ähm... Was mir halt immer aufgefallen ist, ist, dass, ähm... Bei der Horde die Leute gespielt haben, die es PvP-technisch besser drauf hatten. Ich glaube... PvE ist aber gespielt. Ja. Hab ich auch meistens, aber man ist ja doch mal ab und zu aufs Schlachtfeld. Ja, ja. Nee, und mit dem Schamanen hatte ich dann auf jeden Fall richtig viel Spaß. Das war echt gut. Hab ich als Elementarschamane gespielt. Das war echt gut. Da war ich... Da war ich dann teilweise sogar in manchen Raids, in manchen... Bei manchen Bossen war ich dann damals sogar, ähm, unter den Besten in Europa. Das war schon schön. Da gab's noch... Ich weiß nicht, die Seite wird's höchstwahrscheinlich auch noch geben. Äh, wo ist denn die Seite noch? Ähm... Ist alles schon so lange her. Wo eben man quasi jeden Raid aufzeichnen konnte und dann wurde es automatisch in eine Datenbank hochgeladen. Und dann wurde eben halt unter allen Gilden oder allen Raids, die es so gab, wurde dann eben verglichen mit allen möglichen Stuts, welcher Charakter am meisten Schaden gemacht hat. Und da warst du weit oben? Da war ich, äh, weit oben, ja. Das war allerdings auch sehr vorteilhaft, weil zu dem Zeitpunkt war, konnte der Charakter sehr gut, ähm, AOE machen. Und der Boss, wo ich eben immer gut mit dabei war, da gab's massig Mobs. Und dementsprechend war das da recht einfach, viel Schaden zu machen. Aber es war halt ganz cool, weil sonst die meisten sich halt nicht so richtig mit dem Elementarschamane auseinandergesetzt haben und deswegen eben nicht so viel Schaden gemacht haben. Das fand ich immer, ich muss sagen, das hat mich am meisten gereizt in, äh, World of Warcraft, mich mit einer Klasse auseinanderzusetzen, die nicht jeder spielt und wo auch immer gesagt wurde, ja, die kann, die ist nicht so gut, die kann, die ist irgendwie, da solltest du andere wählen, die sind besser oder sowas. Und dann halt aus dieser vermeintlich schwachen Klasse das meiste rauszuholen, das hat immer richtig viel Spaß gemacht. Mhm, glaub ich. Was war denn zu deiner Zeit die Klasse, die am meisten gespielt wurde? Jäger eigentlich seit jeher. Echt? Ja, Jäger war eigentlich, solange ich wir gespielt hab, war immer die, ich sag mal, Noob-Klasse. Ich hab Jäger genommen, weil ich ja noch Anfänger war und, äh, weil man so ein Tier hat, der einem hilft. Ja, ja, richtig. Das Leveln war extrem einfach mit dem Jäger. Genau. Und, äh, wenn man dann später eben in Raids ein bisschen umgeskillt hat, nicht auf Beastmaster, sondern auf, äh, Treffsicherheit, glaub ich. Ja, hab ich auch gemacht. Dann, ähm, dann hat man, gut, dann ist man gut abgegangen. Und, was war auch noch? Du, du, auf jeden Fall, weil das irgendwie auch, der konnte alles. Mhm. Und, ja, was mach ich denn jetzt hier, sag mal. Äh, das ist immer so schade, wenn man hier, warte mal, ach, ich bin ja doof. Bin ich doof? Ich, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob ich doof bin. Muss ich überlegen? Haha. Oh, man muss immer so viel nachdenken hier bei diesem Spiel. Jetzt gleich kommt bestimmt wieder die Lunte. Ach, die Lunte meinst du, ja? Okay, ich mach's jetzt einfach egal. Oh, 8, 5. Das ist, oh. Ja. Ach, du kannst gar nicht mehr angreifen, stimmt hier? Nee, 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 ich bin schon durch. Deswegen, das war irgendwie alles. Ich hätte es anders machen müssen, aber ich hab's nicht anders gemacht. Insofern werde ich jetzt einfach mit dem umgehen, was mir auf die Hand gegeben wird. Ach, dein Gotteschild, ey. Wenn das nicht wäre, wäre es jetzt leicht, aber... Hm. Ich glaube, ich glaube, ich muss sogar den guten alten Leeroy Jenkins opfern. Den Leeroy? Ja. Gut. Dann, äh, von mir aus. Das ist... Alles nicht so schön. Muss ich sagen. Hahaha. Aber gut. Was soll's. Ich muss mir auch immer wieder jetzt gerade ins Gedächtnis zurückrufen, dass ich nicht den Priester spiele, sondern den Parler. Mir ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, dass ich gedacht hab, ach, da kommen ja gleich noch die und die Karten und, äh... Nee, so ist es aber nicht. Neun Angriffspunkte, ey. Neun? Du hast neun Angriffspunkte jetzt gerade, ja. Äh, eigentlich hab ich fünf. Also ich meine, da standen gerade neun. Ich hatte in der Runde, glaube ich, neun, wegen der anderen Karte. Okay. Ich frage mich... Ah, das sind alles Karten. Hey. Hm. Das sind irgendwie alles so... Karten. Okay. Ähm. Kein Problem. Ich bin durch. Hm. Ah, ist ja schon ne Karte gezogen. Oh. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ah, erstmal den hier. Nein. Dann... Dann... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Hm. So. Und hau dir noch mit meinem kleinen Schnuckel eine Rüstung runter. Das ist doch sensationell. Wieso machst du ja keine Dingskontrolle? Das ist korrekt. Du kannst mir die Frage beantworten oder nicht, ja? Ja. Und zwar, ich kenne die Karte da ja nicht. Also bis vorhin kannte ich die Karte nicht. Da steht ja drauf, kann nicht angreifen, fügt am Ende eures Zuges einem zufälligen Feind acht Schaden zu. Entspricht es immer seinem Angriff oder sind es wirklich immer acht Schaden? Also wie gesagt, du musst nicht darauf antworten, weil das ja ein Vorteil letztendlich für mich wäre, wenn ich das wüsste. Du hast die Karte, die meinen auf eins setzt, ne? Genau. Ich glaube, zu 90 Prozent sage ich, dass es immer acht sind. Okay. Das denke ich nämlich auch. Also es steht ja auch so. Insofern. Gut. Ich hatte in dem Fall noch nicht, dass es so war, aber ich denke, das sind acht. Das ist ja auch so. Eieieiei. Ähm. So. Entweder es klappt jetzt oder es klappt nicht. Und, wen trifft da? Wen trifft da? Ja. Das ist... Okay. Gut. Das fand ich jetzt sogar ganz gut, dass er den getroffen hat. Befolgt die Regeln. So. Oh. Ähm. Ähm. Das wird wehtun. Aber ist okay. 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 Melde mich zum Dienst. So. Jetzt kommt... Stimmt irgendein Angriff, der einfach alles weghaut? Was könntest du für eine Falle haben? Freue ich mich gerade. Entweder die, wo ich dann eine andere Karte angreife. Äh. Was jetzt? Okay. Die ist schon mal nicht. Ah doch. Ach so doch. Okay. Ist aber... ...an dem Punkt eigentlich total bescheuertes Geheimnis. Aber... ...ik hab ja nichts anders. Für den Kriegshäuptling! Ähm. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung verfehle. Ähm. Hilf mir den Bogenlichtschlau-Aufschlüssel. Hm. So, ich muss nachdenken. Wenn, dann wäre das so. Lasst mich nachdenken. In den Kampf! Nicht schlecht. Was packt der jetzt noch aus? Was packt der jetzt noch aus? Leider nichts Großes. So. Oh, ich hab noch 13 und noch 17. Das ist richtig. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung verfehle. Beide können noch sechs Karten ziehen. Ja. Das ist... ...interessant, möchte ich meinen. So, was mache ich jetzt? Lass mich überlegen. Ich mache jetzt... Folgendes... Folgendes... ... ... ... ... Jetzt bin ich auch leer. Das ist alles nicht so... Es ist gerade so, als würde man sich mit Patschehändchen bekriegen. Ich habe keine mehr. Eine schöne Karte wäre jetzt. Schön. Ist eher durchschnittlich schön. Ähm... Hey, gebt mir eine Minute! So... Und so... Das ist ein Starker, aber die kann sich auch mal wieder hochheilen. Ja. Das war jetzt mal ganz okay. Ich hoffe, dass euch meine Ersinnung gefällt. Ach. Hm. Ich finde immer ein bisschen... Mich macht das immer ein bisschen, äh... Also ich fühle mich immer ein bisschen unwohl, wenn ich keine Karten auf der Hand habe. Ja, ich mich auch. Weil man absolut null planen kann, was man so als nächstes tut. Ähm... Ähm... Aber wenigstens ist es recht eindeutig, was man machen muss, wenn man eine Karte hat. Dann, äh... Überleg halt, ich kann noch drei Karten ziehen. Ob ich jetzt wirklich noch was ziehen kann, was mich... Was mir den Sieg gibt, ähm... Oh, okay. Whew. Okay. Tch. Ähm... Das ist so ein Scheiß, ey. Das ist gar nicht so geil gerade. Okay, ich glaube, ich mache genau das Falsche, aber ich... Uiuiuiui, doch. Ja? Nein? Ja, doch. Aber ich habe das gar nicht gewonnen. Ich dachte, der andere kann auch noch anreifen. Ne, 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 das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Ich glaube aber... Wir haben schon oft genug erlebt, dass ich noch verloren habe in so einer Situation. Insofern... Ich... Ich zitter noch. Erstmal muss der weg. Dann mache ich so... Wenn du jetzt noch so eine Karte hast, ne? Boah. Tja, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Einfach mal hoffen, dass du jetzt nichts bloßes ziehst. Was für ein Glück, ey. Was für ein Glück. Meine Fresse, ey. Das wird doch noch spannend. Ja. Jetzt steht es 2 zu 1, ne? Genau. Ja. Jetzt muss ich wechseln. Ja, richtig. Jetzt kommt deine beste Klasse wahrscheinlich. Ich muss ja beim Parler bleiben, ne? Genau. Das war hier drin. Oh. Wir haben ja schon erfahren, damit kennst du dich aus mit Jägern, ja? Wir werden ehrenhaft kämpfen. So. Was machen wir denn jetzt am besten? Ich seh grad hier im TS, da ist auch ein DayZ-Channel. Spielst du das auch? Äh, ich hab, ich hab früher die, ähm, die Mod ein bisschen gespielt. Ja. Und jetzt vor kurzem hab ich die Standalone auch angefangen. Ja. Ähm, aber mit der Standalone bin ich halt noch nicht, also ich find's momentan noch ein bisschen albern. Und leer, ne? Genau, es ist halt, ich mein, Dean Hall, der Entwickler, der sagt ja auch selbst, äh, es sollen sich nur Leute, die dieses Spiel kaufen, die Hardcore DayZ-Fans sind. Das war's. Weil es halt noch nichts gibt. Und das ist ja tatsächlich auch so. Weil es ist halt noch bedeutend schlechter als die Mods, äh, beziehungsweise die Mod mit den ganzen zusätzlichen Mods, die es da ja mittlerweile gibt. Ja. Wo man sich dann alles mögliche bauen kann und so. Aber ich find halt das Konzept grundsätzlich ganz cool und da ist halt Potenzial dahinter. Ich hoffe eben, dass sie wirklich das daraus machen, also dass es besser wird als die, ähm, Mod. Aber momentan ist es halt noch nicht ansatzweise so. Ja. Aber es kommen ja auch hin und wieder, also öfters Patches raus, wo halt einiges dazukommt. Ja. Hm. Das stimmt. Wobei ich halt, ich bin ein bisschen stutzig geworden, als die, ähm, Standalone herauskamen, wie wenig die doch bisher gemacht haben. Weil die haben ja so lange, haben die da schon dran rumentwickelt. Mhm. Und, ähm, melde mich zum Dienst. So, ich möchte mal wissen, was hier denn los ist. Das war's. Okay. Toll. Haha. So ein Pech. Ähm, ne, weil im Grunde genommen ist es ja momentan, die haben ja, was sie gemacht haben, ist letztendlich nur die, äh, äh, die Mod in die Arma 3 Engine zu übertragen. Ja. So viel mehr ist da jetzt nicht drin. Man kann halt ein paar Sachen bauen, äh, die man halt vorher nicht bauen konnte. Es gibt die Stadt da im Norden dazu, das Schiff gibt's neu. Aber ansonsten ist da meiner Meinung nach noch nicht so viel passiert. Und dafür haben sie ganz schön lange gebraucht. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was da noch so kommt. Ja, bin ich auch. Ähm, ja wie gesagt, ich bin, ich finde das, das Konzept ist eigentlich ganz cool so. Nur es muss halt, irgendwann muss da irgendwie noch eine Aufgabe kommen. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn das einzige, was man zu tun hat, äh, ist zu überleben. Es ist ein bisschen, da fehlt irgendwie ein bisschen was. Ja. Und, und für PvP ist es auch nicht wirklich geeignet. Ne. Ja, das stimmt. Also es ist, es ist halt auch tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich immer wieder anführe, weil, ähm, sobald man, sobald irgendjemand sieht einen, wird man erschossen. Also man wird eigentlich aus dem Nichts erschossen in diesem Spiel. Ja. Und das ist einfach mega deprimierend. Da muss es irgendwie, muss da was eingebaut werden, was das irgendwie verhindert. Ja, finde ich auch. Weil, dann hängst du da fünf Stunden in dem Spiel rum, hast mühselig dir seine, deine Klamotten zusammen gesammelt. Und plötzlich macht's plupp und dann fällst du rum. Ist halt ein bisschen ehrlich. Hm. Sagt das schon ganz richtig hier der Mann. Nein. Eigentlich mag ich das ja nicht, so eine Karten. Schon für so kleine Popel-Gegner zu verschwenden, aber... Mir wurde immer gesagt von meinen Abonnenten, hey, du musst dringend dafür sorgen, dass der Gegner keine Karten auf dem Tisch hat. Genau, das ist das Wichtigste. Genau. Und, äh, deswegen versuche ich mich da auch meistens dran zu halten, aber das krieg ich auch nicht immer hin. Denk ich jetzt ein Manner-Kristall? Ja, mach ich. Oh, das ist ja nett. Ähm. Schon wieder ein Geheimnis. Ähm. Ich frage mich, ob... Schwierig. Das ist... Ach du Maaah. Ich bin mir unschlüssig. Ich mach's trotzdem. Ja. Ja. Oh yeah. Oh nein. So. Ich weiß nicht, wie gut das war, aber... Ich hab's einfach mal getan. Mehr kann ich nicht machen. Das ist jetzt nicht so viel. Ups. So. Und nun... Gucken wir mal, was da passiert. Hm. Das fand ich jetzt ja nicht so gut, muss ich sagen. Hm. Ich trinke mal einen Schluck. Ja. Hör mal. Wie viele Geheimnisse hast du denn noch, ey? Ich muss sagen, die größte Schwäche von meinem Deck ist, dass, ähm... Ist, wenn der Gegner sich heilt. Und das tust du. Okay. Deswegen ist das grad ein bisschen blöd für mich. Aber wieso... Wieso hast du dann dieses Deck gewählt, frage ich mich? Du musst also irgendwas noch auf der Hinterhand haben. Ich frage mich. Weil du hättest ja genauso gut die... deine dritte Klasse wählen können. Ja. Stimmt. Ähm... Was kommt? Nochmal. Okay. Gut. Wenn's sein muss. Ach nein. Hahaha. Immer dieser Leeroy, ey. Ach du Scheiße. Das ist jetzt echt mal suboptimal, möchte ich meinen. Ja. Was hast du denn? Acht. Zehn. Elf. 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 Ach du... Diggis Eye. Pfff. So. Was machen wir am besten? Am besten... Ich bring erstmal ein paar Gegner um von dir. Ich frage mich ab. Ja. Ähm. Ähm. Die Hunde können gefährlich werden. Die Hunde können gefährlich werden. Ja eben. Eben. Vor allem wenn sie dann noch gebufft werden oder sowas. Dann wird's ganz unschön. Ich weiß doch nicht inwieweit der Jäger da außerordentlich viele Fähigkeiten hat. Aber... So. Also. Wir legen los. Mit dem. Dann... Machen wir einfach mal... Hä? Was? So. Dann folgt... Bin sehr froh, dass du keine Weihe hattest. Jaja, ich äh... Nicht. Nein. Bitte nicht. Guck mal diese Heilerei. Sorry, aber es muss einfach sein. Ähm. Ah. Jetzt ist alles irgendwie ein bisschen... Äh. Das ist zum Beispiel wieder so eine Situation. Wenn ich jetzt auf die Leute höre, dann würde ich jetzt zwei Hunde weghauen. Aber es sind acht Schaden, die ich auf deinen Helden machen könnte. Das ist so eine Sache. Eine problematische Sache, die... Du hörst auf deine Leute. Ich mach's jetzt einfach mal. Vielleicht kann ich mir zumindest die Gunst... Äh... Erkaufen. Der Menschen. Durch diesen Zug. Auch wenn's vielleicht blöd war. Entschuldige ein Geheimnis. Auf in die Schlacht, Mane! Uiuiuiuiui... Okay, jetzt glaube ich... Jetzt werde ich ein bisschen länger brauchen. Denke ich. Weil ich muss jetzt... Nachdenken. Okay. Okay. Für die Gerechtigkeit. Für die Gerechtigkeit. Nee. Wieso hast du denn so ein scheiß Glück? In den Kampf! Wieso genau die Karte, ey? Wieso greift er genau die Karte an? Das ist doch nicht zu fassen. Wieso? 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 Eh? Ja... Da hast noch 5 leben. Ja... Da hast noch 3. Ja. Und jetzt hab ich noch 0 höchstwahrscheinlich. Noch 1. Und das war's. Scheiße. Alter Vater, ey Jetzt war ich echt ganz schön, muss ich sagen Mein lieber Scholli, ey 2-2, so schrecklich 2-2, aber tatsächlich, ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet Mir ist ganz schön warm Das ist komisch Ich bin ja echt hier so rangegangen, so Ja, naja, machen wir mal irgendwie, was Aber jetzt muss ich sagen, jetzt bin ich echt am Mitfiebern Ja, jetzt kommt meine letzte Klasse Ja, richtig, wahrscheinlich auch der Parler Genau Jetzt wird es interessant Du kennst halt mein Deck jetzt quasi schon Ja Lassen wir uns überraschen Lassen wir uns überraschen Das wird jetzt bestimmt nochmal interessant Ja, auf jeden Fall Für die Gerechtigkeit Gibt es auch Statistiken? Hat Blizzard auch andere So, von wegen Gibt es Statistiken Wer den Ah, hu, jetzt hätte ich fast mein Handy weggeschmissen, ey Wer den ersten Schaden macht, gewinnt auch Oder irgendwie sowas Das würde mich mal interessieren Ja, stimmt, mich auch Ich finde da so, unsere Statistiken sind total bescheuert Aber irgendwie ist es trotzdem interessant, sich die durchzulesen So Und dann machen wir noch hier Für die Gerechtigkeit Wie bist du auf den Namen gekommen? Reflux Oder Reflux Der hat schon ewig Das ist ein Endgegner Aus einem Spiel aus Rayman 3 Kennst du vielleicht? Äh, nee Also Rayman sagt mir was Aber Den Endgegner Kenn ich Hab ich damals als Kind Für Playstation 2 gespielt Und äh Spaß gemacht Und ich mochte den Endboss irgendwie Und dann hab ich mich einfach irgendwie Mal Reflux genannt Okay Und woher kommt Knasti? Äh, hat was mit meinem Also hat nichts mit meiner Vergangenheit zu tun Ich bin kein Verbrecher Ich hatte nie irgendwie Erfahrungen mit Knast Ja Aber Ähm, das hat was mit meinem echten Namen zu tun Achso Ähm, also es ist eine Kombination aus meinem Vor- und Nachnamen Mhm Und daraus Also ich heiße ja Basti Und äh, ähm, der Vater eines guten Kumpels Hat mich dann Für die Gerechtigkeit Hat dann damals, äh, den Anfang von meinem, ähm, Vornamen und den Anfang von meinem Nachnamen Hat er einfach verdreht Und da kam als Vorname eben Knasti raus Mhm Und seitdem hab ich mich dann eben Knasti genannt Und äh Wobei es Mittlerweile Äh, irgendwie so von ganz alleine Ähm, entferne ich mich schon wieder von Also was heißt schon wieder Ich entferne mich irgendwie von diesem Namen Viele mit denen ich spiele nennen mich jetzt einfach Basti So wie ich halt Letztendlich, also ich heiße ja Bastian Und äh, viele sagen jetzt einfach immer Basti Weil Einige Leute haben ein Problem mit KN Und Ähm Ich denke, deswegen kann ich nicht reden Ich bin ein Mann Stachistik Ich werde nun Außerdem Diese Karte noch ausspielen Hab ich mir jetzt gerade mal so überlegt Blöder Gorilla, ey Das ist ein richtiges Arschloch, wa? Ja Ähm Machen wir das noch oder machen wir das nicht? Ne, machen wir nicht So Ähm Ne und äh Dadurch, also es ist auch ganz gut Dass mich die meisten jetzt eigentlich mittlerweile Basti nennen Weil Das Problem ist Ich Also auf dem Channel habe ich mich immer Knasti genannt Mein Channel heißt da Kiekste Und äh In Battlefield zum Beispiel heißt ich da Knasti Und das war ein Ein riesen Durcheinander Oder ist ein riesen Durcheinander Und das Gerade bei neuen Leuten Irritiert das irgendwie immer so ein bisschen Und deswegen ist es schon ganz gut Dass mich die meisten Leute jetzt einfach Basti nennen Und gut ist Was machst du? Interessant Ja Und da Kiekste kommt von dem Berlinerischen Da Kiekste Mhm Da Kiekste, wa? Und das passt halt eigentlich auch ganz gut so zu nem Channel Also kommst du aus Berlin oder was? Ja genau Ursprünglich komme ich aus Berlin Mittlerweile wohne ich in Hamburg Ähm Hast du gerade ein Mikrofon aufgegessen? Ich bin aus Versehen mit der Mit der Hand dran gekommen Aufgegessen nicht, ne Ja wer weiß Soll ja auch mal ab und zu ganz nahhaft sehen Ja So zwischendurch Was kann man denn jetzt noch machen hier? Können wir noch irgendwas sinnvolles machen? Tja ich Ha Es ist so Wenn ne Klasse sich heilen kann Dann ist es immer schwierig Weil du kannst halt ganz leicht wieder auf 30 Punkte kommen Ja Ganz ganz schnell Freunde Das geht ganz schnell Da muss ich jetzt Äh Denken Ah Ne Komm Das kannst du nur noch für ein Mann da machen Ja ne ganze Menge Ich hätte gerade die Hölle über dich ausschütten können Aber ich hab gesagt Komm Machen wir es mal noch ein bisschen spannend Ich hab so einen Rotz auf der Hand Das laufst du gar nicht Das ist echt ein Vorführeffekt hier Ja aber du hast zumindest schon mal viele Karten Also da kann Ja Da kann noch einiges passieren Ich werde mich mal ganz kurz muten Weil ich husten muss Ja Damit deine Zuschauer es zumindest nicht hören Wobei Ne Vergiss es Ich huste einfach nicht Ich trinke einen Schluck Ach gut Das ist immer eine Qual als Let's Player Oder als Redner im Allgemeinen Wenn man sich räuspern muss Dann versucht man möglichst lange sich nicht zu räuspern Und husten ganz genauso Und irgendwann sitzt man mit einem knallroten Kopf da Und explodiert fast So jetzt Machen wir Wird doch noch ziemlich spannend hier Ja also ich Tatsächlich Jetzt hab ich auch so So ganz klitzekleines bisschen Ehrgeiz hab ich jetzt auch Aber es ist verschwindend gering Also man sieht es kaum Es ist in weiter Ferne Aber Es ist da Ok Ok Der Gorilla wieder Immer wieder der Gorilla Ja Hm Hm Ich frage mich Ich hole mal das Auge aus der Statue da aus Habe ich auch schon gemacht Ich habe mich hier sogar noch ein bisschen zurückgehalten Den Regenbogen habe ich schon ein paar Mal Und das Feuer habe ich schon mal angezündet Aber ansonsten Oh ne Ragnaros der Arsch Zum Glück auf dem Affen Das war mein Ziel Weil da kannst du nicht irgendwie hochpowern Und dann mich angreifen Puh Ragnaros finde ich ja doof Muss ich sagen jetzt ne Ich frage mich Einen dritten Gorilla hast du ja nicht Ne Ragnaros ist echt ein bisschen blöd gerade Er ist mir unsympathisch Er ist mir echt unsympathisch Schon damals im geschmolzenen Kern Als man noch mit 40 Mann Auf ihn eingedroschen hat Habe ich ihn gehasst Irgendwie war es auch geil Weil man ihn dann besiegt hat Und guten Nut bekommen hat Ja gut den habe ich dann nie bekommen Aber Das ist alles ein bisschen Ich bin ein wenig am zittern Das wird noch echt eng hier Ja 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 Bei mir gehen langsam die Optionen aus Und du kannst jetzt langsam richtig raushauen Hörp Ich habe mich zum Dienst Hm Hm Mhm Mhm Du 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 Dua Du hast so massig Karten auf der Hand, ey, das ist so... Stimmt, das ist nur eine. Ja eben, das ist ein riesengroßes Problem. Ich kann halt nichts mehr dagegen setzen. Verzeugt nicht, Güllchen. Die Erdenmutter ist nah. Jetzt kriege ich auch noch so einen Mist. Fuck. Ja, nee. Das ist blöd. Ja, nee. Das ist jetzt, da ist jetzt, ne? Ne? Das war's zum Dienst. Schluss mit Fanny. Ja, da ist er wieder. Ja. Bringt nun nicht viel. Boah, ey. Diese Karte, ey, die sollte auch verboten werden. Melde mich zum Dienst. La da da. Hahaha. Was ihr wolle. Melde mich zum Dienst. Ich hoffe, dass euch meine Ersinnung fehlt. Ja. Dann, äh, machen wir mal so und so und dann machen wir zusätzlich genau so. Ich spiel einfach jetzt bis zum Ende durch, ne? Ja, es kann auch. Könnt ihr jetzt... Mh, mh. Ich will gar nicht, ob es eine Karte gibt, die dich jetzt zum Sieg führen könnte. Ne. Aber du kannst mich ja jetzt schon weghauen, insofern. Ah ja. Äh. Aber es gibt auch, ich behaupte einfach mal, es gibt keine Karte, die man ausspielt. Und dann... Ich meine, ich könnte... Hätte ich... Hätte ich noch hier, äh, Dings, ne? Wie heißt das? Weyer oder was ist das? Stimmt, Weyer, ja. Die hätte halt jetzt schon mal gerade eben einiges rausholen können. Dann wärst du dann halt mit nur noch einer Karte auf dem Tisch da gesessen. Aber... Genau. So ist es nichts geworden. So beglückwünsche ich dich, äh, zu diesem Sieg. Danke, hat echt Spaß gemacht. Ja, war gut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es nochmal so spannend wird sozusagen. Das war echt... Ja. Das war echt gut. Hat trotzdem Spaß gemacht. Das war... Das war gut. Ja, fing ja an mit 2-0 und dann direkt 2-2. Ja, und dann war es sogar bis zur Mitte dieses Matches auch noch recht spannend. Ja. Und dann war es aber doch recht klar. Naja, was soll's. Ja. Ich würde sagen, äh, wir verabschieden uns. Du kannst dann ja fröhlich weiterspielen demnächst gegen irgendjemand anderen. Mal gucken, wen du da als nächstes ziehst. Ja, genau. Und, äh, ich verabschiede mich dann hier aus diesem Turnier. Es war kurz, aber schön. Ja. Ich fand's auch gut. Ja. Also Leute, äh, an, an, meine Abonnenten, guckt doch mal bei Reflux, 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 Reflux? Reflux? Ja, genau. Reflux. Reflux. Reflux, wie man's spricht. Reflux LP, ne? Ja. Und meine gucken bei dir vorbei. Genau, schaut doch mal bei ihm vorbei und, äh, da gibt's nämlich, äh, wie er ja anfangs gesagt hat, da gibt's jetzt demnächst wieder einiges Neues. Ja, genau. Gut, dann sag ich, äh, tschüss. Und ich auch. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.